Hallo, guten Tag. Ich bin Jean-Baptiste. Gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Franzose, Geschäftsmann, und ich bin Adam Smith Fan. Ich habe Adam Smith ins Französische übersetzt, und Sie werden mich aus Ihren Ökonomiebüchern kennen, wegen meiner Theorien, der Seychee-Theorien. Gut, und das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Okay, stellen Sie sich vor, Sie gehen arbeiten. Sie gehen doch immer arbeiten, um Geld zu verdienen. Und wenn Sie arbeiten, um Geld zu verdienen, dann wollen Sie auch nicht das Geld haben, sondern Sie wollen von dem Geld sich irgendetwas Schönes kaufen. Und das ist ein Kreislauf. Sie arbeiten, bekommen Geld, und danach kaufen Sie etwas für dieses Geld. So geht das immer hin und her, und auch bei den Unternehmen. Ich bin Unternehmer, ich bin guter Geschäftsmann. Ich tue doch mein Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Wenn ich ein Unternehmen kaufe, möchte ich Gewinn machen, damit ich mir von dem Gewinn schöne Kleider, Wein, und so weiter und so fort kaufen kann. Und so geht es allen Menschen. Immer, wenn ich arbeite oder wenn ich Geld investiere, bekomme ich Profit oder Lohn und den möchte ich natürlich ausgeben. Darum schafft sich jedes Angebot seine Nachfrage selbst. So klingt das dann verkürzt im Ökonomen-Deutsch. Jedes Angebot schafft seine Nachfrage selbst. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Aber, lassen wir uns dazu zurückkommen. Sie bieten Ihre Arbeitskraft an, oder ich biete mein Kapital an, mein Unternehmen, damit dort in meinen Fabriken geschafft werden kann, und etwas hergestellt werden kann. Dadurch erschaffen wir das Angebot. Das, was Sie später im Laden kaufen können. Und von Ihrem Lohn werden Sie natürlich etwas einkaufen. Ist ja ganz klar. Wenn Sie nicht einkaufen wollten, wofür würden Sie dann arbeiten? Es gibt so viele schöne Dinge zu tun, außer Arbeiten. Schöne Mädchen, Alkohol, Wein, und so weiter und so fort. Die schönen Dinge des Lebens. Sie würden doch nicht arbeiten. Und, ja, mit mir ist es genauso. Wenn ich kein Profit machen wollte, wenn ich mein Profit nicht in mein neues Auto, in meinen neuen Anzug, in schönen Wein, Schmuck für meine Frau, und so weiter verplant hätte, wofür würde ich dann noch mein Unternehmen führen? Wir alle wollen doch das Angebot erschaffen, um eine Nachfrage zu bekommen, um unsere Nachfrage zu befriedigen. Und darum sage ich, jedes Angebot schafft seine Nachfrage selbst. Es ist ganz simpel. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gehen Sie arbeiten, wenn Sie ein bisschen Nachfrage erschaffen wollen, oder kümmern Sie sich um die schönen Dinge des Lebens, wenn Sie lieber die schönen Dinge des Lebens genießen wollen und schon alles haben, was Sie dazu brauchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und abonnieren Sie Netz, Kaiser. Es lohnt sich wirklich und es kostet nichts. Tschüss, bis zum nächsten Mal, falls ich wieder mal einen Gastauftritt hier bekommen sollte. Aber die Gage ist fürchterlich. Nee, danke. Okay.